Hallo, hier bin ich wieder und das ist mein zweiter Part meines Let's Plays Plans vs. Zombies. Pflanzen gegen Zombies. Und wir spielen es einfach mal weiter. Yay, 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 yay. Ach ja, ach ja, es geht ja schon los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin nicht gerade up to date. Schön. Oha, oha. Nee, nix mit Coming. Arschloch. Nee, du bekommst keine Gehirne, du. Du böser Bube. Das schlägt eigentlich fast den Boden aus. Schön. Wir haben neue Pflanzen und und und. Ah, ja, ich liebe meine Eisblumen. Ach ja, Sonnenblumen kannst pflanzen. Schick, schick, schick. Ich brauche wieder mehr Sonnen. Jetzt bin ich fett am Arsch. Äh. Ich müsste meine Schießblumen platzieren irgendwann mal. In geraum mehr Zeit. Gut. Ah, genau, genau. Da ist drauf geschissen. Auf diese jetzt Kartoffelbombe. Ähm, ja. Ach man, oh man, oh man, oh man, oh man. Warum das manchmal stockt? Ich kapiere das echt nicht. So hohe Anforderungen hat das Spiel nun wirklich nicht. Gut, meine krasse Front habe ich ausgebaut. Oh, 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 oh. Ja. Guck mir, es gibt Schießblumen. Ich spare jetzt auf meine kleinen Eisblümchen. Ich weiß gar nicht, ob es solche hier, äh, 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 der Stabhochspringer mit dabei war. Ja. Nicht gerade so geil. Ah, die werden ja dann langsamer, wenn sie drüberguckt sind. Ich kann so ein Spiel nur likey sein. Ich kapiere es einfach nicht. Äh, äh, ja. Können wir noch ein wenig ausbauen. Aber ich glaube, im Hintergrund läuft noch irgendwas. Das ist auch Fraps. Das zieht echt alles runter. Das ist richtig krass. Na ja, na ja, na ja. Gut, jetzt bin ich fleißig am Sammeln. Äh, ja. Tock shit. Jetzt läuft sie doch flüssig jetzt nicht mehr. Schön. Puh. Fein, fein, fein. Das ist ja erst einer von fünf Leveln, die sie schaffen will jetzt. Gut. Das war auch nicht die letzte Wälle. Okay, noch ab, ist sie was. Ja, das ist ja auch sinnvoll verwendet. Jetzt haben wir die auch sinnvoll verwendet. Ja, das kann man mitnehmen. Äh, hier. Ach, wie kommt das so krottenschlecht? Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich werde die Party ab. Ich hätte so gesteht, keinen durchkommen mehr. So geskuhet. Also. Jeha. Hau, der alter Junge. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Letzte Welle. Das war sowieso nichts mehr. Wer interessiert? Fein. Tod, kleiner Zombie. Stürb. Ja, vielleicht vielleicht eine Pflanze. Yay. Gut. Eins von fünf Leveln geschafft. Verschlingt ein Zombie, ist aber während des Kampfes... Ach ne, Kau und selbst los. Es tut mir ja leid. Ah, jetzt haben wir die Eimer-Zombies. Ich nehme das mit. Das, das, das. Das und das. Perfekt. Los geht's. Come on, let's go. Die sind echt gut, wenn man die hinter solchen Nüssen anbringt. Die Fleischrettenden Pflanzen... Leck und der erste Zombie hier aber das Kind Staubruch Springer gibt es eigentlich recht sinnlos das ist ja erstmal Rilla Na komm ihr Zombies Zombies aller Länder vereint euch Bauen wir noch hier so ein Schlingel hin Joa hier noch eh ne Nee, gell Nee, du laugst in meine Kartoffe-Kanone Nein, das war absolut unnötig, absolut unnötig Ich brauche die Sonne, die Fische halten viel zu viel ausgekommen Ah, komm Ah, jetzt geht es auch langsam kaputt Ich muss meine Front wieder ausbauen Ach Mensch Jetzt nackt sich der Arsch da durch Ich war ihm in allen Sachen unterlegen Naja, zum Glück habe ich noch meinen leckeren Kartoffelecken Ich hab da so ein Teil auch mal in Aktion erlebt Ganz großer Moment Oh, echt? Nein! Kann man nicht verschieben Ist doof, ist doof Ist doof Scheiß drauf. Ich schwöre jetzt meine Eisblume. Ich blühe am Ende. Gut. Damit bin ich jetzt erst mal ein wenig gewaffnet. Und und und. Dammit. Ah, das ist schon die letzte Welle. Da braten wir doch einer an den Storch. Ähm, 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 ja. Machen wir das so? Ach, ich hab das sowieso schon gepackt. Oh, ich. Oh, ich. Ja, suche es doch. Wenn die einmal scharf wird, dann geht's sowieso hoch. Gut. Hört ihr das Genage? Bam! Juhu! Du Plinator! Die ist toll, die Pflanze. Gut. Schieß zwei Herbsen auf einen Herb. Schön. Nächstes Level. Drei von fünf. Gut. Jetzt haben wir alles dabei, was wir bisher haben. Ich nehme das, das, das. Kartoffelbomben ist ein eigenes Frisch. Ähm. Die haben ja schon das Leben gerettet. Hm. Gut, machen wir's so. Perfekt. Okay. Beginnen wir mal mit dieser Runde und schauen, was sie uns bringen wird. Was? Zombies? Zombies? Wo sind die Zombies? Oh lord. Level 1.9 sind wir. Was? Äh. Verdammt, verdammt, verdammt. Verrne Schusspflanze schon nicht ganz so schlecht. Na komm. Ah ja, hierhin, gut. Eine Sonnenblume. Wertscharf, kleine Bombe, Wertscharf. Gut, eine kleine Sicherung haben wir ja schon. Ja, hier. Das war auch etwas unkönnschätzt, hierhin machen soll. Nein, 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 nein. Klicke mal scheiße auf der Reihe. Oh, die Waldes sind so knuffig. Die kleine Hunde. Verdammt, verdammt, verdammt. Gut, meine FPS sackt gerade ganz schön ab. Jetzt geht sie wieder aufs Ziel, sie ist hoch. Und die darf gleich wieder absacken. Es steht dann noch eine Schießplan hier in der Mitte. In der Mitte. Nein. Ich hab halt so logisch getestet. Stress braucht man sich bei dem Spiel netto machen. Jetzt zumindest neuerst. Später wenn der Disco Spaß sie es dann zukommen und so. Das wird erst richtig nervig. Ja, ähm. Der wird hochgehört, der ist gut. Boom. Yeah. Der wird hochgehört. Boom. Nein, noch nicht die letzte Säule. Oder? Nee. Halt die Fresse. Gut. Oh, nein, nein, nein. Ein Eimer. Zombie. Ich hasse die so derbe. Ich hasse die so derbe. Wir können eigentlich den Autor platzieren. Oh. Als nächstes mache ich einen Hakelzucker. Ich habe es einen Strauch hin. Boah. Oh, nein, nein. Der wird hochgehakt. Oh nein. Ich bin aber jetzt ziemlich gut gesichert, BAM! Die gehen alle in die Luft, yeah! Mann, yo! Naja, bumm! Schön bum 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 bum! Oh Mist Mist! Jetzt hilft mir auch nichts mehr bei dem... Scheiße! Äh Scheibenhonisch! Kein leid! Äh, ja, Jürgen! Der wird auch gleich sterben, den wird leider Kopf abfallen! Ich bin aber die, die diese, die sie neu verletzt haben! So! 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 Du musst doch bald gepackt, nur noch eine Zombiewelle, dann. Und dann sind wir doch gut im Rennen. Danach kommt vier von fünf. Aha. Und die dachten, die hätten ne Chance. Nein. 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 Ich muss schon wieder neu sein. Ja. Nein. Nein. Mist. Ich muss noch eine neue Nose laufen. Ja. Gut, weiter geht's. Frischbrot, munter. Gelb. Oh. Ich muss zugeben, das sind vieles. Weil hier sind wir jetzt mit fünf Erbs gut am Start. Ich kann hier nicht noch nichts mehr voll bauen. Gut, okay. Wir haben gewonnen. Ganz feierlich. Aha, du Schlinge. Und was sind dort der Verbrauch von Pflanzen? Yeah. Alter Schweder. Ich glaube wir dürfen jetzt in den Shop, oder? Ach nein, nein, nein. Das war's. Wir starten einen Großangriff auf den Haus. Was ist das für ein Minispiel? Ah, ganz genau, ganz genau. Das ist lustig. Ich kann mal ganz hin platzieren. Sonnenblumen werden sowieso nicht genommen. Oh, ein Duplinator. Schön. Garlustick. Uh, schön. Kann mal überall hin platzieren, die Slyden, die Schlinge. Der Leck mischt auch hier hin. Mach mal so. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bam. Buh, schau, bam. Komm, weiter, schwimm, ja, schwimm, ja. Ah, das bin ich hier, ist so geil, geil, geil. Ich liebe es. Einformelkür, das war's, was hier. Schön. Oh nein. Ziemlich falsch platziert, so alles in allem. Schön. Oh, oh, fein. Oh, ich trau. Immer weiter, immer weiter. Oh. Dann wird wieder eine riesige Tombi-Welle im Anmarsch sein. Schön, schön, schön. Oh, I am so lucky. Ein Opferlamm. Ach, keine Ahnung. Passt ja. Ich brauch diese Tomb nicht. Schön, schön, schön. Geht doch alles so gut. So dufte. Normale Flugen weg. Oh. Immer doch schon wertiges Zeug, das ist. Ja. Ja. Nein. Oh, da du um sie hineinvormassen. Schön. Gefällt mir richtig gut. Das sinken trotzdem meine FPS. Na dann habe ich jetzt eine schöne Überraschung für die Guten. Könnt's schon mal auf was gefasst machen. Könnt's ja ein paar Massen anfangen. Okay. Oh, man. Oh, man. Ja. Ja. Ah, jetzt kommt der Nachtlevels. Oh, wie schön. Wie schön. Perfekt. Schießt über kurze Entfernung mit Spuren auf den Feind und das in die Pilze, die es um sonst geklärt worden ist. Ledig gesprochen habe. Gut. Ja, ja, du mich auch. wir haben wir haben nach zwei Keine Sonnenformel aber auch und ach diese Zeitungslesen gehen wir auch und sagt Haus auf jeden Fall meine Plümer lässt dann legt man mal aus die diesen Asch hilft euch die Klein Babys klein Babypilzies wo kommt der erste an? Da, okay Es ist eben nur dumm, dass die überkurze Distanz schießen. Das ist der einzigste Nachteil an den süßen Kleinen. Ach, sonst sind die echt richtig, richtig geil. Ja. Ah, noch eine Sonne. Perfekt. Naja, oh, oh. Selbstfass ist auch nicht mehr selbst. Fast. Äh, trammeln wir hier, hier. Hier werden dann Viecher gespawnt in der nächsten Welle. Ja. So, ja, ähm, ja, ähm, ja. Ja, ich glaube, viel Scheiße. Das muss man hier hin. Oh, wenn der seine Zeitung weggenommen bekommt. Oh, oh, das ist nicht so schön. Der zieht da komplett aus. Oh, ha. Ja. Endlich krieg ich Geld. Endlich, endlich. Äh. Äh. Ach, man. Na, jetzt tickst du aus, mein Lieber, ne? Ach, 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 ach. Das wird noch eine epische Reise werden. Nein, ich muss meinen Nussfront ausbauen. Meine Walnussfront. Das tippt komplett aus, ja. Frag mich, wie lange das jetzt schon dauert, die 5 Level. Ich schätze mal die 20 Minuten. Als nächstes kriege ich Sonnenpilze, so viel wie ich schon mal vorwegnehme. Die geben mir dann Sonnen, erst 15 Sonnen und wenn die dann gewachsen sind, bekomme ich von denen 25. Ja, so läuft das hier. Yay, that's the matter. Yeah, Alter, yeah. Das geht doch langsam an der Party ab hier. Ach, der ist reingerannt. In unseren Kartoffelbrei. Tja, Kartoffelbrei ist schon eine gefährdete Falle. Haltet eure Kinder fern. Eha. Sonnenpilz. Ah, mani, mani, mani. Gut. Und jetzt... Ja, dann hörst du erst mal auf mit dem Part. Und dann danke schön fürs Zuschauen. Erst mal ist von mir Jens. Please rate, comment, subscribe und watch more videos. Tschüss.